Wir haben eine absolut riesige und vor allen Dingen immer wachsende Rolle. Wir haben auch weiterhin ein mehr als starkes Printgeschäft, aber das Digitalgeschäft ist natürlich das Geschäft, wo wir in der Zukunft immer weiter wachsen wollen. Und deswegen spielt auch diese Messe hier für uns eine riesengroße Rolle. Und wir fühlen uns hier sehr wohl in Hamburg. Extrem viele Besucher, die OMR wächst und gedeiht. Wirklich ein sensationelles Publikum, sehr, sehr gute Vibes hier. Und nicht nur die Partys am Arm, sondern auch die Gespräche sind sehr nationell. Und insofern hilft uns das wirklich sehr, auch unser Digitalgeschäft weiter auszubauen. Bei uns stehen aktuell jetzt auch in der aktuellen Diskussion Themen wie Brand Safety ganz stark im Vordergrund, Cambridge Analytics etc. Die ganzen Diskussionen werden hier geführt und die führen wir hier am Stand auch weiter. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir als Premium-Anbieter, der eben auch echte Journalisten hat und das dann gepaart mit vernünftigen Data-Lösungen, da werden wir in Zukunft auch mit punkten und weiter wachsen können. Deutlich stärker als der Wettbewerb und insofern werden wir auch 2019 sicherlich hier mit dabei sein. Wirklichkeit. 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 Untertitelung des ZDF, 2020